hallo meine lieben herzlich willkommen zum neuen teil zum baum eines micro scale berlin mocks ich baue berlin auf vier grad mit der fläche mit über 100.000 steinen ich verwende für lego und andere klemmbausteine steine ich bin da komplett offen mir ist einfach nur wichtig dass es passt es gibt auch viele steine gibt es gar nicht so von lego von der farbe von der form von der funktion deswegen bin ich da offen für alles und ganz ehrlich einer firma hinterher rennen das macht keinen sinn wir haben das hier schon alles fertig gehabt das war jetzt auch ausgestellt ich hatte jetzt leider corona gehabt paar wochen mir ging es wirklich richtig kacke nichtsdestotrotz ich hatte richtig bock jetzt endlich mal anzufangen ich kann jetzt wieder ich habe wieder luft ich habe die kraft ich kann wieder und was wollen wir machen also wir haben ein bisschen noch was zu tun das könnt ihr ja sehen sind ja einige platten die dazugekommen sind aber bis wir hier angekommen sinnfahrt geht natürlich noch was in der zeit wir wollen eigentlich erstmal den bereich hier natürlich das heißt bis zu diesem spree arm soll eigentlich alles vorbereitet werden dass wir das hinbekommen wir wollen auch die spree insel hier erweitern bis zur fischer insel darauf freue ich mich auch ganz besonders und natürlich auch die leipziger straße hier die führt über die spree insel rüber bis zum roten rathaus und natürlich weiter bis zum axner platz das wollen natürlich auch noch machen das in nächster zeit damit wir da auch vorwärts kommen ich würde sagen keine zeit verlieren wir starten direkt hier mal mit dem bereich darum soll es hauptsächlich gehen ich möchte hier friedrichswerder das heißt das auswärtige amt dass wir gebaut werden hier mit den ganzen townhouses die hier stehen die friedrichswerder kirche die kommt dazu und es geht dann hier rüber bis zur fischer insel das werden wir heute hundertprozentig nicht alles schaffen aber wenn wir zumindest mal die spree kann die schon mal vorbereitet haben und die strecke hier da bin ich mal sehr sehr happy vielleicht schaffen wir es auch hier die wege festzulegen wo die ganzen straße verlaufen und dann haben wir schon ein bisschen was geschafft ich werde mal gucken ob ich dann auch die gebäude vorbereiten werde am computer weil da werde ich hundertprozentig paar teile nach bestellen müssen weil ich habe natürlich nicht alles da die ersten schritte habe ich jetzt nicht aufgenommen weil es nicht wirklich spannend ist und zwar bauen wir jetzt die mills plate das heißt ja alles ist ein bisschen aufgebockt damit wir eventuell sogar noch beleuchterung später irgendwann mal rein bauen können und es noch lebendiger wirkt was wir auf jeden fall machen ist dass ich immer noch diese platten unterhalb der module pack damit es einfach ein bisschen stabiler ist beim transport das ist sehr wichtig ich habe jetzt nicht in dem maßen da wie ich es eigentlich brauche aber das reicht erstmal komplett zum vorbeiten auch so kann ich es auch dann bestellen und einfach abholen und am ende ich hoffe easy peasy ist mit der kamera haben wir quasi schon das erste modul was daran kommt vorbereitet am anfang weil wir müssen jetzt natürlich checken wie das mit dem kanalverlauf ist hier an der stelle nachdem ich jetzt noch einige basis steine angepackt habe damit ich dann auch demnächst die plates drauf packen kann habe ich noch mal ein großes modul bestehend aus vier 32er base plates vorbereitet die komplett neue stadtgebiet richtung kreuzberg darstellen und zwar ist es die oranienstraße die ritterstraße die alte jakobstraße kommt darauf und ich habe da einfach relativ einfach eine mills plate gemacht und ja nach ein bisschen überlegen gucken ob das alles passt habe ich auch schon direkt die spray das heißt das wasser die wasserfläche vorbereitet und in fleißarbeit sämtlichen fliesen irgendwie reingesetzt auf beiden seiten und ich bin super happy danach habe ich auf der neuen mills plate die straßen vorbereitet ich habe nicht sofort alle fliesen gefunden die ich brauche dafür aber ihr seht ja trotzdem das prinzip wie das alles funktioniert also viel mit den wedge plates unterschiedliche 2x2 2x4 2x3 die triangle alles was dazu gehört um einfach genau das perfekte ergebnis zu erreichen und so kommt man eigentlich wenn man so ein bisschen die karte vor sich hat eigentlich auch zum perfekten ergebnis und da sind die ersten neun straßen auf der platte viele habe ich mal gefragt wie machst du das hier mit den ganzen schrägen also an sich ist es kein hexenwerk ich arbeite einfach mit wedge plates und mit den triangle teilen um diese schrägen hin zu bekommen manchmal muss man natürlich ein bisschen rumfummeln wie hier zum beispiel damit das einigermaßen klappt also eins zu eins geht es natürlich so sowieso nicht aber das ist auch gar nicht mein anspruch das geht eigentlich eher klingt vielleicht blöd aber ums gefühl auf jeden fall haben wir jetzt die nächsten straßen fertig das heißt wir haben einmal hier die oranienstraße von der rulli durchstraße ab wir haben hier die achse springer straße wie weiter geführt wird wir haben die alte jakobstraße hier und die weiterfügung der der ritterstraße die natürlich jetzt hier schon endet das heißt wir haben jetzt endlich wieder platz da weiter zu bauen was ich euch nicht gezeigt habe ist ich habe hier auch schon das letzte hochhaus hoch gesetzt das letzte der vier mit dem neuen hotel an der ecke den platz dahinter und auch jetzt dieses gebäude fertig gemacht und auch jetzt dieses gebäude fertig gemacht und auch jetzt das letzte hochhaus hoch gesetzt das letzte der vier mit dem neuen hotel an der ecke schaut mal was ich machen kann mit diesem modul ein traum ich kann es hier einfach wie alle anderen module auch natürlich einfach nur verschieben und habe alles im blick das hochhaus hier ist noch nicht ganz fertig ist einfach so ein prototyp um zu sehen ob das funktioniert das gleiche gilt übrigens auch hier natürlich für die streckenführung jetzt hier der leipziger straße rüber über die fischerinsel dann hier hinter das rote rathaus hier findet sich noch das nikolaiviertel das habe ich jetzt einfach nur gemacht um so ein gefühl zu bekommen wie geht es denn weiter funktioniert das alles von der vom maßstab her und ich muss sagen ich denke es funktioniert auch jetzt hier das es geht einfach nur um ein grobes gefühl für die führung der straßen zu bekommen gar nicht eins zu eins umzusetzen einfach nur ob das funktioniert das gleiche gilt jetzt hier auch für die für den spreearm um die museumsinsel herum um einfach ein gefühl dafür zu bekommen ja das ist es aber wir kommen auf jeden Fall wieder vorbeizt ich freue mich wirklich dass es weiter geht nach der ganzen zeit endlich mal wieder im keller zu sein hier endlich mal wieder neues chaos anzurichten im keller das fühlt sich richtig richtig gut an einige zeit später etwas chaos verursacht haben wir es geschafft die westliche seite der museumsinsel der fischerinsel ist soweit geformt das ist die seite und friedrichswerde haben wir jetzt auch geformt und die straßen hier die die fließen die die natürlich nur der orientierung wo die straßen am ende liegen werden das ist natürlich jetzt nicht so festgelegt die sehen am ende genauso aus wie hier auf dieser seite was ich so ein bisschen verrückt finde ist hier kommt auf diese ecke hier kommt das auswärtige amt einmal der neubau und der altbau und der ist fast so groß wie das humboldt forum das hätte ich so auch nicht gedacht aber das ist auf jeden Fall eine sehr 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 große fläche ja ich konnte mal kurz zeigen wie ich das hier gemacht habe also es sind einfach nur alles wedgeplates am ende die museumsinsel das ist ja auch ein baustück wird das ja auch einfach nur raufgelegt als eine große fläche und dann ist das hier auch fertig ich würde sagen für den allerersten schritt haben wir erstmal sehr sehr viel erreicht heute wir haben diese komplette platte erst mal als mills plate erstellt wir haben die ersten straßen angelegt wir haben hier terraforming mit dem spree arm auf der seite wir haben die komplette fläche schon mal fertig und wir können nächstes mal anfangen dort die ersten gebäude zu setzen und natürlich hier auch und ich würde mal sagen falls ihr es nicht getan habt abonniert diesen kanal liked es kommentiert es ich freue mich auf jeden fall über alles ihr seid die besten bis bald euer gary ciao